Gleich hier um die Ecke. Kommt! Geh weiter, Kleine! Wuhu! Nice! Mal in die andere Richtung. Boah! Krasser Scheiß! Wuhu! Yeah! Okay! Boah, jetzt sind wir wirklich schwindelig! Hui! Okay, sorry! Sorry dafür! Okay, hier ist nichts, was da rumliegt. Die Tess kennt auch keine Gnade, ey! Die hetzt uns hier durch die Gegend! Ist ja der Wahnsinn! Die könnte mal etwas gediegener drauf kommen. Aber die will das jetzt auch einfach nur hinter sich bringen. Damit wir wieder unsere Ruhe haben. Die ist ja auch verständlich. Mädels, ich komm gleich! Ich schau nur mal kurz hier unter die Treppe. Nothing to holen. Bin schon da! Oh, direkt Blut! Wo kommt dieses her? Ah ja! Schon, äh, die Ursache gefunden. Und da liegt einiges um ihn herum. Oh, wer ist das? Ein Arm-Firefly-Mensch. Wir erkennen es an dem Armband. Okay. Sieh mal an! Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und, woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Hey, alles wird gut. Okay. Es muss einfach. Ja, es muss einfach. Firefly-Befehle. Okay. Let's have a look, was befohlen wurde. Befehle. Treffung-Bereich patrouillieren. Stellen sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht. Bevor sie das Männchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Also eins ist völlig klar. Da ist noch mehr im Busch mit der kleinen. Ich meine, ist klar, die ist vielleicht die letzte Hoffnung auf einen Impfstoff. Aber, keine Ahnung. Irgendwie... Man kennt ja solche Story-Wendungen oder solche Story-Teile. Aha, ich sehe schon. Ich muss hier wieder was verschieben. Und zwar hier hin. Das ist ja offensichtlich. Dann tun wir das mal. Auf geht's. Rüber damit. Aus dem Blick. Mädels. Ihr müsst weg. Sonst kann ich hier nicht arbeiten. Hallo. Ja, genau. Aus dem Weg. So. Jetzt kann man zackern. Jawohl. Sauber. Dann gehe ich mal vor, wie immer. Oder wie meistens. Hoch und rüber. Ja. Under Construction. Oh, Farb. Döschen. Runter mit euch. Weg damit. Oh, ist das schön, diese Helligkeit. Erst rein. Vorsicht. Moment. Langsam, langsam. Rennt doch nicht raus, Mensch. Na also. Da ist es ja. Endspurt, Tess. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Boah, geil. Boah, geil. Also, ihr habt's gemerkt. Ich hab jetzt erst mal ein bisschen geschwiegen. Weil, wenn die Musik einsetzt, sollte man dem ein bisschen Respekt zollen. Weil es ja auch wirklich sehr stimmig und gut passt. Wahnsinn. Der Ball hab ich mich jetzt mal hier umgeschaut und hier ist nichts mehr zu holen. Na gut. Dann auf zum Haus des Rates. Ähm, nur dass das klar ist, ich kann nicht schwimmen. Oh, krass. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Wie geht das? Sieht richtig lecker aus. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber, ähm, ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Wow. Boah, krass. Ist das grad schön hier. Wahnsinn. Ein schöner Kontrast zu der ganzen dunklen und nassen feuchten Umgebung von bisher. Wie viel Uhr haben wir es denn da? Auch halb elf. Er hat zwölf. Mei, wie süß. Der wollte sich die Kleine einfach mal nur so bedanken. Mitten im. Hier, halshohen Wasser. Oh. Was war das? Irgendwelches Getier. Oh, liegt hier irgendwas rum? Sieht verdächtig aus. Ist das schön hier. Der helle Wahnsinn. Oh, hier. Oh, da steht was. Aber ich kann es leider nicht lesen. Es ist falsch rum. Massachusetts and. At. Äh. Massachusetts. Massachusetts State. House. Okay. Das Staatshaus. Oh, jetzt wird es aber hier richtig tief. Hebe mal die Knarre aus dem Wasser, äh, Joel. Das ist, glaube ich, nicht gut für die Knarre, wenn die hier so durch das Wasser getragen wird. Oh, jetzt wird es aber hier. Immer tiefer. Oh. Stechmücken. Ich hab's genau gehört. Ekelhafte Stechmücken. Oh. Was richtig fies wäre, wenn hier irgendwo was versteckt wäre. Amulett oder so mitten im Wasser. Ja, Wahnsinn. Oha. Da haben wir hart geblendet. Wir sind dieser Helligkeit echt nicht mehr gewöhnt. Oh, meine liebe Schwan hier. Hat er irgendwas im Körbchen hinten? Nee. Da ist nichts. Epidemie. Ist da vorne was? Nee, glaub nicht. Es ist nur die Sonne, die scheint. Okay, dann können wir weiter. Oh, die sind schon wieder weg. Die sind schon wieder weiter, Wahnsinn. Ah, da steht's noch mal. Massachusetts State House. Oh, krass. Hallo. Ist das schön. PlayStation 3 at its best. Kranker Scheiß. Auf geht's. Hier ist nichts mehr zu holen. Wo kommt das ganze Wasser her? Hier ist auch nichts. Okay. Dann Tess Le Dora. Ne? Oh Gott. Ich glaube, ich werde aber mal jetzt mal unterbrechen, bevor ich da reingehe. Also diese aktuelle Session beenden. Und ja, wir sehen uns gleich wieder oder beim nächsten Mal. Ciao, ciao. So, herzlich willkommen zurück. Der Name ist Chris Place for You und wir stehen hier immer noch vor dem Rathaus. So, und werden das jetzt mal betreten. Die letzte Session ist jetzt schon ein Weilchen her. Aber ich weiß noch genau, was uns bevorsteht. Es war ein langer Weg und ein harter Kampf, um hierher zu kommen. Aber wir wollen Ellie jetzt, glaube ich, hier abliefern. Was unser genaues Ziel war, weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber ja, wollen wir einfach mal reinschauen. Was denn hier jetzt passiert? Nein, nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess! Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich werde... Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott! Ups, was? Zeig mir deinen Arm. Das ist drei Wochen alt. Mein Biss ist eine Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Verstecken. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Oh, shit. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann kämpfen. Nein, geh einfach! Geh doch endlich! Ali! Tut mir leid, ich... Ich wollte das nicht. Los, beweg dich! Wir wissen, dass ihr da drin seid. Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen raus! Ja, Wahnsinn. So eine Scheiße. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir. Wir müssen weg. Oh, Mann. Oh, Scheiße. Immer wenn es mit Soldaten weitergeht, dann bricht hier die Hektik aus. Ich kann mich da dunkel erinnern. Oh, je, oh, je. Mein Gott, Test wurde gebissen. Es war fast... Ich hab's mir fast schon gedacht. Es war an irgendeiner Stelle, wo sie mal, äh... gefasst wurde. Dachte ich mir schon, da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Oh! Okay. Brauchen wir hier alles... aufzusammeln. Alles voll, alles voll. Oh, alles voll. Das heißt, ich müsste... Oh, ich kann hier ein bisschen was bauen. Sehr schön. Gleich mal zwei Stück. Ne, eins kann ich nur bauen. Toll. Lumpen, Alkohol. Molotovs. Noch ein Molotov. Sehr schön. Was ist hier? Hier ist nichts. Ja, das kennen wir schon. Naja, gut. Okay, was ist das denn hier? Äh, nein. Hallo. Sollst du nicht die Molotovs nehmen? Du sollst hier erst mal nur dich umschauen. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Äh, jetzt wo hoch? Rechts oder links? Set es nach der Quest. Ach, hier ist eh Barrikade. Aber... Ah, schau, was haben wir hier? Was liegt denn hier? Nichts. Ich kann's nicht lesen. Suckras. Suckras. Irgend so was. Lauter Snacks auf dem Boden, aber ich kann hier nichts aufnehmen. Quitches. Quitcher. Gut. Dann, Ellie, du bist die Heilung für alle. Jetzt müssen wir... Jetzt geht's zum Test. Oh, cool. Was ist das denn? Geiler Scheiß. Fette Paintings an den Wänden? Auch nicht schlecht. Hat das noch mit dem Museum zu tun? Ach, dann ist das Rathaus. Okay. Dann hat's wohl mit dem Rathaus zu tun. Mit dem Staatshaus. Okay, wir hören gar nichts mehr von draußen. Jetzt lauf einfach weiter. Ja, ja. Vielleicht haben sie sich doch irgendwie geeinigt, die Ellie und die Soldaten. Äh, nicht die Ellie, ich meint natürlich die Tess. Okay. Wir müssen uns, glaube ich, jetzt mal ruhig verhalten, weil die Soldaten hier ein bisschen gewitzter sind als die... ...Klicker und anderen Viecher. Oh, was war das? Kleiner Grafik-Bug. Viel neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Du, richte die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Oh mein Gott. Tess. Sie werden bald hier sein. Dann müssen wir weg hier. Äh. Warte kurz, warte kurz. Ich muss hier kurz resabt. Ja, ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh, da vorne kurz sind sie schon. Scheiße. Weg hier. Oh Gott. Oh, was haben wir hier? Okay, okay. Ellie, komm her. Jetzt müssen wir sie platt machen. Wir müssen, wir müssen. MMM, lass mich kurz die Waffe wechseln. Weil ich mit der anderen Knappe besser... ...stehe, glaube ich. Oder Molotow-Von-Schöner. Kommen die hier rein? Ellie, du bist sicher? Okay.